Das wollte ich als Kind werden. Erst Pfarrer, dann Tierarzt. Der beste Rat meiner Mutter. Ach, mach doch, was du willst. Sie hat es wahrscheinlich etwas anders gemeint. Mein Vorbild. Es gibt nicht das eine Vorbild. Ich hatte das Glück, an verschiedenen Lebensstationen immer wieder Menschen zu treffen, die mich in die richtige Richtung geschubst haben. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Bild dir meine Meinung. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Am Ende war ja dann doch wohl das eine Mal zu viel Eisbaden. Wir da haben noch�al. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.